So, weiter geht's. Was mache ich jetzt weiter? Genau, ich mache hier hinten, wollte ich eigentlich zumachen. Und dann, dass ich hier an die beiden Stellen rankomme. Und dann baue ich das auch noch etwas höher nach oben, denn das Wenige, was hier reinkommt, verprüft sozusagen. Das ist keine professionelle Tierbaustellung. So ein Window rein. Window rein. Ich hoffe, hier hinten kommt was raus. Ich glaube, eher nicht. Ich sollte die vielleicht noch ein bisschen... Boah, was ist denn hier mit dem Licht los? Ich sollte vielleicht noch etwas nach hinten das Ganze verlängern. Fällt mir gerade so auf. Und das nächste Mal nehme ich etwas anders auf, denn es ruckelt ohne Ende bei mir. Also ich bin es zumindest nicht gewöhnt. Sagen wir so, es ruckelt nicht... Was? Es wird schon wieder Nacht? Boah, ich gehe jetzt noch einmal nach Hause. Und dann hole ich mir die nächste einfach mein Bett mit. Und... Mach mir dann so eine kleine Tür da rein. Oder ich baue mich einfach ein, das ist viel einfacher. Dann lebe ich schon mal zwischen den... ...häusern. Komm. Lauf. Immer weiter laufen. Und nie aufhören zu laufen. Non-stop. Ist übrigens jetzt gerade ein guter Kinofilm reingekommen, der so heißt. Glaube ich zumindest. Wer weiß... Ups. Wer weiß... Ich habe ihn mir noch nicht angesehen. Okay. Hallo, ich habe ziemlich... Boah. Die Spinnen sehen ja schlimm aus. Wuhu. Oh. Weg hier. Weg hier. Ich hasse einbeinige Zombies. Zumachen. Und schlafen gehen. Dringendst. Jetzt kann ich auch mal kurz gucken. Ja, Difficult. Normal. Äh. Genau. Ich wollte mir noch ein paar Drains machen. Direkt. Zum. Anfang. Und die Tür natürlich wieder zu. Hier habe ich noch ein bisschen davon, aber man kann ja nie genug haben, ne? Äh, Crafting Table. So. Das kam dahin. Das kam dahin, glaube ich. Ja. Und das kommt wieder zurück. Naja, ich muss sagen. Lieber zu viel von diesem Zeug gefarmt, als zu wenig. So. Das Iron kommt auch wieder hier hin. So. Was wollen wir weitermachen? Wir wollten noch ein paar von diesen Drains machen. Nein. Da. Das ist ein Drain. Gut. Dann können wir noch zwei Stück davon machen. So. Hier sind auch inzwischen ein paar drin. Gut. So. Jetzt haben wir vier Stück. Das bedeutet drei für jedes Teil. Ähm. Ich glaube, das reicht für das Erste. Aber es wäre nicht schlecht, noch ein paar von diesen. Ups. Da sind keine mehr drin. Gut. Von denen zu haben. So. Jetzt erst mal Tür craften. Oder ne. Ich baue mich einfach ein. Nehme ich einfach mein Bett mit. Das ist da. Das sollte ich natürlich nicht stellen. Wird ziemlich doof. Das brauche ich nicht. Das brauche ich auch nicht. Gravel. Gravel. Da bist du. Tür. Rein mit dir. Gravel. So. Und. Ab zurück. Juhu. Nochmal laufen. Laufen ohne Ende. Natürlich am besten mit dem Schwert im Anschlag. Denn wer weiß, was man damit machen muss. Wie habe ich das Schwert eigentlich nochmal bekommen? Das weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall ist es recht schön, wenn das, wenn, äh, ja, ich weiß inzwischen, wie man kritisch schlägt. Also wie man critical hits macht. Aber, also es ist sehr schön, wenn das so eine Kuh oder ein Schwein oder so mit kritischem Hit direkt tötet. Andersrum sollte ich eigentlich direkt töten. Wäre viel einfacher für die Minecraft-Freunde. Es gibt ja so spezielle Mods und so weiter. Ich glaube, das Nanosavers-Word, das hat auch so ein... Das tötet direkt. Soll ich mir eigentlich noch in die Liste machen? Oder habe ich mir schon reingemacht? Keine Ahnung. Werde ich nach der Aufnahme mal nachsehen. Aber erstmal baue ich mir hier eine Höhle. Die ich dann nicht ausleuchte, weil ich natürlich keine Fackeln habe. Also kann ich aufwachen und Zombie spawnen direkt neben mir. Das geht auch super. Ähm... Da ist mein Bett... Super. Ich kann mich jetzt dummerweise noch nicht reinlegen. Drains. Da sind die. So, hier hinten baue ich... Stimmt, das sollte ich mal abbauen. Ich glaube nicht, dass das hier hinten funktioniert. So, hier hinten will ich... Ah, ich will das doch generell noch etwas weiter nach hinten ausbauen. Fällt mir gerade so ein... Damit es etwas mehr Volumen hat. Und dafür muss ich hier noch weiter bauen. Und dafür läuft mir das ganze Gravel entgegen. Was allerdings auch einfacher wegzumachen ist, ist das Stein da oben. Und was keine Grafikfehler hinterlässt. Oder Chunkfehler oder irgendwie sowas. So, kommt runter. Schaufel. So, jetzt habe ich hier alles. Äh... Komm. Zwei Reihen gehen noch. So, ich weiß, dieses Format ist ziemlich uneffektiv. Aber was soll's. Ich habe es halt eben gemacht. So, und ich hoffe, ich habe diesmal genug. Oh, sieht schlecht aus. Sieht ganz schlecht aus. Nicht genug. Super. Hier hinten kommen auf jeden Fall noch... ...eins, zwei. Hier kommen noch zwei Drains rein. Ups. Hier muss ich noch ein bisschen abarbeiten. So. Oh. Wenn ich das nächste Mal nach Hause gehe, soll ich Fackeln mitnehmen. Denn... Ups. Ist hier dunkel. Also, ich sehe noch was. Sagen wir so. Ihr wahrscheinlich nicht. Oder ich hält's... Ich... ...bearbeite das nachträglich so nach, dass ihr auch was seht. Was wahrscheinlich eher der Fall ist. Wenn ich es nicht vergesse. Ups. Falsche Seite. Mh. Komm. Da ist Cobblestone. Nein. Fall doch nicht drunter. So. Perfekt. So, das wird noch abgebaut. Schön. Das hier wird auch noch abgebaut. Ja. Das haben wir auch alles. Super. Dann kommen hier die letzten drei Steine hin. Nein. Es wird Zeit, dass die fertig wird, sodass ich meine Sachen fertig bauen kann. So. Das ist auch fertig. So. Das ist auch fertig. Hier kommen dann... kommen da... ...schöne Sachen hin. Hier auch. Ups. Ich hab ja mehr. Gut. Und dann werde ich noch... die Sachen... Die Sachen... Oh, Glas. Wieso hab ich Glas dabei? Gute Frage. Weil ich unbedingt Glas dabei haben wollte. Auf jeden Fall. Hier kommen die Sachen rein. Und die Zeit ist abgelaufen. Das bedeutet, ich gehe jetzt... Hier rein. Bau mich zu. Und, äh... Ich würde sagen, das war wieder eine weitere Folge Minecraft Monsters. Ich hoffe, ihr habt es genossen. Wenn nicht, guckt die nächste Folge. Ähm, tschüss. Ich hoffe, ihr habt es genossen.